Seid herzlichs gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern und vor allem der liebe Kollege Sonderfelix und der liebe Kollege Markus hier bei dieser schicken kreativen Einschlafhilfe hier bei Nuka Cola und der Kollegin Svetlana im Roundtrip, im Rundkamera-Rundfahrt hier bei der schicken Power. Guckst du, wir haben jetzt hier da in dem Bergwerk des Drecks hingeholt und da ist leider kein Fusionskern und jetzt müssen wir hier weiter watscheln zu dem Ding her. Kann man da jetzt Schnellreise machen? Wo ist denn das jetzt? Warte mal, das ist da im Berg oben, da komme ich, was kostet 6 Kronkranken, komm her, da gehen wir jetzt hin, komm her. Also da schauen wir jetzt, dass wir das mal hier weiter kriegen, hier Stufe 36, hallo. Ich habe fünf Grubenhauer umgehauen, umge... Wahnsinn, die sind happig, hallo. Die haben Raketenwerfer oder so, die schießen einmal, da bist du mit Power ist sofort weg hier, hallo. Wo bin ich, wo bin ich? Huch, da gehen wir nicht hin. Äh, da, da gehen wir hin, da geht ein Weg hin. Huch, da steht, äh, warte, was habe ich für ein Schwert hier? Warte, wo bin ich denn? Hä? Jetzt musst du die umhauen. Heu, der ist ein Widerstandshäte, der Kollege. Schau mal, du, 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 was ist denn das hier für mich? Ja, der zappelt noch, der Ärmste. Ja, es ist nur ein Spiel. Ich bin völlig tierlieb, muss ich mal betonen. Das ist aber kein Tier, ich habe ja kein Tier getötet, ich habe hier eine Pixel-Animation, die... Was, warum sind da zwei Ziele? Wo ist denn das andere? Ah, wir müssen da hin. Warum müssen da noch eins? Ach, das ist die Rose dann, oder? Warte. Da unten, da unten, die Raute. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich kann nicht mehr. Ich bin doch nicht blöd. Was ist denn da noch, wenn sie? Kann nicht mehr. Da muss ich noch ein Tier sein. Na gut. Das ist jetzt aber das Richtige, oder? Das ist die Rose. Ach, das ist die Rose. Achso. Ja, wir müssen erst das machen. Jetzt, was so macht. Suche im Lager der Fallensteller nach Notizen, solange da keine Gruben hauen. Was ist denn da noch? Warte. Bergwerk, oder wie? Ne, weil da unten, siehst du, unten am Kompass so ein Berg, aber nicht ausgefüllt. Das heißt, das habe ich noch nicht entdeckt. Siehst du, da unten am Kompass, da ist so ein Berg. Ah, jetzt, siehst du, jetzt haben wir es entdeckt. Gibt es wieder Punkte. Jetzt haben wir Stable's Backbone. Oh wei, oh wei, oh wei. Jetzt gehen wir da runter. Hauptsache, da ist kein Grubenhauer. Oh, Wasser. Ist radioaktiv. Wie komme ich jetzt da durch? Ach du Schande. Muss ich da unten rum? Fallensteller. Na, das glaube ich kann ich handeln, oder? Das können wir managen. Das können wir managen, oder? Haben wir das? Hilfbereit. So, jetzt gehen wir da hin. Kann ja nicht so schwer sein. Haben wir noch was zum Entdecken? Ne. Ausguck. Kreative Einschlafhilfe. Ja, ich bin Prediger Krause, also meine Berufsbezeichnung. Und ich nenne das hier kreative Einschlafhilfe. Ja, da kannst du ja kreativ einschlafen. Bei dem Spiel. Jetzt, komm her. Oh, wow. Was muss ich da suchen? Im Lager der Verfallenste. Ich kann nicht mehr. Das Spiel macht mich aber total fertig. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Bang. Godzilla. Godzilla bedroht Tokio. Komm her. Wahnsinn. Das Spiel macht mich fertig. Das kann man jetzt ruhig mal so im Raum stehen lassen, dass mich das Spiel wahnsinnig... Jetzt kommt einer. Wahnsinn. Schau her. Gut, die Grafik könnte einen Tick besser sein für 2018. Das kann man jetzt ruhig mal so... Wo ist denn jetzt das Drecksding? Im Lager der Fallen... Ist das das Lager der Fallensteller? Da komm her. Oh, die kann man jetzt aber umhauen. Komm her, oder? Was? Wie siehst du das? Können wir Retten abschließen? Ja, da. Mhm. Fallensteller. Das sind aber keine Grubenhauer jetzt. Komm her. Gerd Grubenhauer. Den kenn ich. Ah, da ist... Ui. Da geh ich jetzt rein, komm her. Was muss ich da? Fallensteller. Au. Ach, da sind jetzt überall Fallen die, oder wie? Nimm das Ding. Nehmen. Und jetzt Kontrollpunkt. Abgesch... Haben die irgendwas... Irgendwas Wertvolles? Stealth-Boy. Ja, ich brauch noch den Halucigen-Kanister. Dann kann ich den Ding bauen. Den... Phantom-Gerät. Hier, hallo. Den brauch ich. Aber da brauch ich noch so einen Drecks... Hallo, Zigen-Kanister. Wo... Haben die jetzt hier noch was? Hier? Da ist überhaupt keiner. Komm her. Aber da sind überall Fallen jetzt, oder wie? Zigarrenkiste, ey. Ich brauch einen Bauplan hier. Komm her. Oder irgend so einen Dreck hier. Komm her. Ja. Haben die jetzt hier keinen Bauplan? Komm. Die verarschen mich. Die haben keinen Bau... Da... Oh, da ist die Falle. Entschärfen. Kann ich die... Kann ich die entschärfen? Ne. Und warte... Ah, auslösen. Ping. Au. And now. Kann ich die jetzt nix hier... Auslösen. Na gut. Na gut. Oh, da ist einer. Der da. Oh, der explodiert. Und jetzt bin ich hier fertig. Kann... Kann man da jetzt nix mitnehmen? Komm. Muss ich wieder raus hier? Komm ich nicht raus? Da drüben ist auch nix hier, oder wie? Komm ich jetzt gar nicht da... Na, nehmen wir das mal mit dir, bis ich überladen bin. So, jetzt... Was ist denn da? Geh ich wieder. Jetzt müssen wir gucken, was wir noch im Angebot haben. Was ist denn das da? Nichts mit Jose. Ja, geh halt. Mensch, das ist... Okay, Freunde. Jetzt geh ich mal da raus hier. Sonst... Platsch ich noch in eine Falle. Gut, Freunde und Freundinnen. Jetzt haben wir... Ich will ja jetzt auch immer mal versuchen, irgendwas... Irgendwas Hilfreiches für Anfänger. Ich bin ja Anfänger. Das kann man ruhig mal... So, jetzt haben wir das hier. Ähm... Blah... Oh! Finde ich den... Oh, den Schlü... Hä? Den hatte ich doch gehört. Finde ich den Schlüschelteil der Fallsteller. Ähm... Na gut, da gehen wir jetzt so russieren, wie sind wir aufgestellt. Ja gut. Kann man... Kann man so lassen. Oh! 282 Kilo hier, hallo. Na gut. Das muss ich daheim dann wieder verwerten, die Waffen hier. Mhm. Dann kriege ich wieder einen Bauplan. Wenn ich eine Waffe zerlege, ist meistens auch eine... Modification drin. Ja... Und jetzt muss ich da hingehen. Das liegt in der Nähe. Da gehen wir jetzt hin. Mein Fusionskern... Aha, drei habe ich noch. 0,3. Rechts unten der kleine Tacho. Jetzt komme ich da nicht drüber. Der kleine Tacho. Haben wir jetzt... Jetzt warte... Jetzt muss ich da oben hin irgendwo. So... Da oben... Da hinten... Aber die Farben und so... An sich ist die Grafik schon sehr schön an sich. Also die Farben und so, die... Sagen wir mal, das ist schon sehr schön. Aber der Server stürzt... Also ich hatte... Na ja, lang spiele ich heute noch nicht. Also... Aber... Na ja, jetzt ist 16 Uhr Nachmittag. Da oben ist jetzt der Fallenstelle... Da oben ist jetzt... Warte... Warte... Sind da jetzt böse... Na ja, gut... Das können wir mal so... Im Raum stehen lassen... Bin ich jetzt da? Jetzt... Ne... Oh, warte... Findet den Schuhschuhschuh... Na ja, den Schuhschuhschuh... Au! Da ist schon mal ein Böser... Super Mutanten! Den kriege ich weg, oder? Komm her! Au! Der ist... Der ist ganz schön happig! 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 Wo ist denn jetzt das Trickste? Da oben? Davon? Ah... Ah... Jetzt kommt der Kollege! Mutantenpferd! Jetzt habe ich Pferd gelesen! Komm her! Der ist ein Pferd! Ah... Das ist ein Schlag! Und der ist weg! Komm her! Kronkorken! Kronkorken! Ich muss mal Kronkorken! Au! Ne... Warte! Entnahme! Genau! Da drin irgendwo! Warte! Unten die Raute! Oder? Da bin ich richtig, oder? Wann ist das so ein Böser? Ja, jetzt kann man natürlich... Hier könnten wir hier eine Stunde alles absuchen nach Wertgegenständen! Ist da! Aua! Kann man sich mal sparen jetzt! Weil man findet sowieso... Ist das da drin jetzt? Findet sowieso nicht das... Also... U! Aa! Ah Nää Da! Was ist es jetzt wieder?! Was ist es jetzt kaputt?! Was war'd at für eine Meldung?! Ah! Du sollst hinfahren! Ah komm Ah Bombe! Ah, jetzt kommen alle hier! Komm! Ja. So, jetzt die Sünden, die... Jetzt machen wir mal einen kurzen Prozess. Was waren da gerade für eine Drecksmeldung? Was war mit der Wahrnehmung irgendwas? Okay, will keiner... Will keine wissen. Jetzt kommt der Nächste. Ah, Bumbebombe. Was piepst du jetzt? Ja, ich hatte mir schon... 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 Das war's vielleicht nicht besonders schlau zu bleiben, nachdem sie rausgefunden hatten, dass diese riesigen Träume in der Stadt Amok gelaufen waren. Das war eine Bumbe. Finden sie als nächstes doch heraus, was mit den Knallhafen passiert ist. Wahrscheinlich sind sie einfach verhungert, nachdem Margie verschwunden war. Alles nichtsnutzige Weicheier. Margie hatte ihr eigenes Zimmer bei den Sunnytop-Pisten. Das ist ihr letzter bekannter Aufenthaltsort. Finden sie heraus, ob sie irgendwas zurückgelassen hat. Rieselige Menschen. Jetzt kommt einer. Ja, ich muss ab und zu auch mal ein bisschen Munition... Kronkorken, Munition... Und der, wo ist denn da? Und da ist noch einer. Jetzt kann man natürlich... Hier liegt bestimmt irgendwo eine Wackelpuppe oder irgendein Mist liegt hier bestimmt irgendwo rum. Kann man sich jetzt mal sparen, oder? Irgendeiner rennt da aber noch rum, hier. Und jetzt schauen wir gleich, wie spät haben wir es denn? Ja, naja, guck, paar Minuten. Da rennt doch noch einer rum, hier. Komm, ja. Wo rennt denn der? Wo rennst du denn rum, Idiot? Ah, da rum. Es ist aber mal ein schickes Schießgewehr hier. Hallo. Na gut. Oh, jetzt kommt der Hubschrauber. And now? Ja, ich könnte jetzt hier noch Holla. Drei Jahre... Drei Jahre alles absuchen hier. Aber wir schauen jetzt mal... Jetzt kommt ein Hubschrauber. Wir schauen jetzt mal... Wahrscheinlich... Äh, was macht denn der? Äh, 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 oh. Die sind aber... Sind das böse? Äh, das ist der Hilfsabwurf, oder? Nee. Ist da ein Kollege? Nee. Was ist denn? Der ist freundlich, oder? Was macht denn der? Das ist ein freundlicher, oder? Was macht denn der? Hilfsabwurf, oder? Freunde. Was macht denn der? Was macht denn der? Das ist der Hilfsabwurf, oder? Was schießt denn der da rum? Und now? Der will doch was abwerfen, oder? Hilfsabwurf, oder? Staatlicher rumschießt denn der? Was macht denn der? Was machen die? Entschuldige. Wahnsinn. Ah, entschuldige. Ja, äh. Na gut, lassen wir die mal arbeiten, da. Was schießen die denn rum? Hilfsabwurf, bitte. Na gut. Was ist denn das da hin? Ah, da oben ist ein Fusionskern, warte, oder? Wo komm ich denn da hin? Warte. Warte. Was machen denn die? Oh. Da ist der Kollege. Oh. Die sollen den umschießen. Ich will den Fusionskern. Da ist ein Fusionskern drin, oder? Ah. Peng. Was schießen die rum? Na gut, dann gehen wir wieder. Da lassen wir die mal arbeiten, da. Was macht denn der? Hallo. Grüß dich. Was ist dein Begehr? Was macht denn der da? Weiß keiner. Na gut, dann gehen wir da wieder raus. Die schießen da, wie blöd. Kann mir das noch einer schon ja gern? Da ist doch sonst keiner. Na gut, okay. Was war denn der Sandzack? Sandzack? Na gut. Sind da drin noch? Zehn Idioten. Ich geh jetzt wieder. Lass wir den mal arbeiten. Da sind wir reingekommen, oder? Jetzt lassen wir den mal arbeiten. Jetzt schauen wir schnell noch, was dann andere macht. Äh, was da. Äh, was da. Lass wir den mal arbeiten, oder? Es würde mich jetzt schwach interessieren, was, was die da machen. Und vor allem, warum. Jetzt geh ich einfach mal raus, weil ich, das ist ja laut hier, komm her. So, jetzt aber ein Kern, glaube ich. Hallo. Und jetzt müssen wir, äh, die Schlüssel, ähm, Suche an Marjis letzten Bekannten, aber, das können wir, komm, das machen wir. Hä? Was, 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 was? Was, 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 jetzt kaputt. Bin ich überladen. Oh, ich bin schon überladen hier. Ach, die Schande. So, und wo müssen wir denn jetzt hin, verdammt? Ah, da, so, da ist er, wo ist er, wo ist er denn, wo bin ich denn? Nirgendwo bin ich denn? Tschüss. Ich kann nicht mehr. Oh, das ist doch oft, du Schande. Ich bin da, ah, ich bin da unten. Freunde, das schaffen wir halt nimmer. Oh, da war ich noch nie. Ach, komm. Wahnsinn, da kann ich jetzt drei Jahre hingehen. Na, komm. Warte, das ist der rechte Balken, oder? Warte, ah, der rechte. Ah, komm. Na gut, ja, die Schnellreise kostet Geld und ich hab da keine Schnellreise. Wo ist denn da, was ist denn da? Äh, jetzt war es so wach. Da müssen wir da durch. Oh. Da durch. Na, komm, das. Und ich hab da keine Schnellreise. Was kostet denn das da? 16. Was macht denn die? Na gut, gehen wir. Äh, paar Minuten haben wir noch. 10, 10 Minuten haben wir noch. Wie viel Kohle habe ich denn gar keine? 2100. Na gut, komm her. Äh, ich weiß jetzt, weiß ich immer noch mal. Ein paar Meter gehen wir noch. Da kostet zwei Korken weniger. Da piepst wieder einer. Komm her. Entdeckt. Oh, entdeckt. Ich hab was entdeckt. Aha. Hämmer. Oh, jetzt schießt einer. Manchmal hängt das AP-Dings rechts. Da ist ja Dachwurk. Da gehen wir, jetzt war mit, da gehen wir noch zu Fuß. Ja, weiß man nicht, was teurer ist. Die Schnellreise oder wenn ich den Fusionskern aufbrauche und einen neuen kaufen muss. Das ist alles. Jetzt haben wir da ein Ding in. Das kommt. Au. Hä, hä. Sag mal. Sag mal von wo kommst du denn her? Jetzt, wo bin ich denn? Ah, jetzt bin ich wieder falsch rum. Mag nicht mehr. Das, was da tue ich. Da kann ich scheiße. Da piepst wieder einer. Also, die Straße entlang. Ah, jetzt, Entschuldige, hab ich was entdeckt hier. Jetzt müssen wir da voll durch das Ding durch. Oh, komm. Da haben wir auch was nicht entdeckt, das, oder? Ne, da waren wir schon. Ah, das. Na ja, ja gut, komm. Jetzt gehen wir mal in die Richtung da. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Also, was ist jetzt billiger, teurer? Die Schnellreise oder dass ich einen neuen Fusionskern kaufen muss? Weiß man nicht, gell? Jetzt bin ich wieder am Abend hier. Und warte. Das ist schicke. Schicke Schüssel. Ja, gut. Kreativer Einschlaf. Ein paar Meter gehen wir noch. Ist da einer. Das heißt, ich muss jetzt sowieso, ich komm da jetzt eh nicht durch, oder? Ich war ja bei der Biene vorbeikommen, ja. Da komm ich jetzt nicht durch. Gerade aus. Oder? Ein Wahnsinns-Bus. School Bus. Oh, nee. Komm ich jetzt da durch? Ja, ein paar Meter machen wir noch. Aber ist ja ein therapeutisches Spiel. Das muss man jetzt auch schon mal. Licht aus, Energie sparen. So, gehen wir noch ein paar Meter. Oh, weia. Mein Kern ist bald zu Ende. Oh, ja, jetzt geht's aber bergab hier, hallo. Ja, macht nix. Alabaster. Oh, nee. Bei der Biene vorbeikommen wir da. Jump ich jetzt runter. Oh, Base Jump. Hallo. Was ist denn hier kaputt? Was gibt's hier? Ist da einer? Komm, ja. Oh, komm. Du sollst den umhauen. Ah, den um, komm. Ah, da ist der nächste. Oh, komm. Gibt ja Punkte. Ah, da ist noch keiner, oder wie? Sind da zwei? Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh. 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 Jetzt schießt noch keiner. Oh, oh, oh. Oh, Gott. Und der Flasche. Oh, oh. Kinguaken. Kann man mal conquer... Huch. Scherze, jetzt habe ich Scherze gelesen Ne, das war Schere Nicht wahr Gibt es ja nichts hier Ach, da kommt noch Kommt noch einer Das wird er bereuen Das sollst du am Kreuze bereuen Die Stadt vom Tyrannen befreien Das sollst du am Kreuze bereuen Scherze, er gibt ja Punkte, gell, Freunde So, jetzt geht's Hoppla Weiter Godzilla greift Tokio an Ich kann nicht mehr Da schaffen wir das halt nicht mehr Jetzt spielen wir noch da hin Also du kannst es ausschalten Ich gehe jetzt tatsächlich da hin Komm, ja Unten die Raute da Wie viele Punkte Jetzt habe ich ja schon wieder ein paar Oh, Stufe 36 Halb voll Tja, wenn es so weitermacht Kriegen wir halt noch zwei Stufen fertig Au, was war da wieder Komm, ja Mag nicht mehr Na gut, kreative Einschlauchhilfe Muss man, jetzt haben wir das auch mal schon Im Raum stehen lassen Hey, hey, hey Was soll man, tu wieder Oh, komm Sag mal Komm noch einer Oh, drei Moin 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 Kommt der auch noch Ja, fühl ich den Beckenknochen Was soll ich mit dem Beckenknochen Äh, Rakete Ne Ich bin schon voll hier Freunde Muss ich aufpassen Aber Punkte Ich habe Punkte Mhm Gut Wahnsinn Da wimmelt es hier von Kreativ Ach, bei der Biele Da ist er ja Wimmelt es hier von kreativen Kollegen Gut, wir gehen jetzt Drei Minuten Haben wir noch, oder? Mhm Nach einer kurzen Einschlauchhilfe Warte, Sekunde Mhm Gehen wir da jetzt noch hinkommen Ja, das Wie weit ist es denn Das kann nicht mehr Kann nicht mehr Oh, warte Oh, nö Aber eine schicke Gegend Jetzt komm, ja Eng Haut die da ein Loch im Boden Die Svetlana Ja, das ist Argenti nix Rom wäre Will keiner Ja, geh halt Da gehen wir jetzt noch hin Na gut Oh, jetzt habe ich nur noch drei Kehren, nee Oh, oh Oh, da komme ich nicht durch Warte Aha Da ist ein Böser Oh, mehr Oh, komm Oh, nee Komm ich jetzt da nicht durch Komm ich jetzt nicht durch Na gut Schaut mal Oh, nee Hambacher Forst Der Baum ist für die Rodung Ja, ich darf jetzt nix mehr mitnehmen Oh, warte Ui Wo bin ich jetzt da wieder reingeraten Aha Wir nähern uns In drei Jahren Der Sache Ja, gut Oh, warte Ich muss aufs Klo auch noch Ja, mich wundert das Man muss hier essen und trinken Aber aufs Klo gehen muss die Svetlana nicht hier Das würde noch fehlen Das ist ja jetzt in einigen Spielen so, dass du da essen und trinken musst, aber aufs Klo gehen musst du nicht Das verblüfft mich hier stark, weil ich muss auch essen und trinken Aber ich muss auch ab und so mal entsorgen Und da kann einen das hier verblüffen So, jetzt werde ich gleich nicht mehr den Oh Jetzt kannst du ausschalten Ich werde jetzt da noch zu Fuß hin watschen Das heißt, wo bin ich denn? Na, schau her Wir haben hier noch Sollen wir jetzt das per Schnellreise machen Sechs Kogenkacken Ja, das Jetzt gehen wir noch schnell Kann man das schnell schaffen hier? Ne, ich muss aber auf der Auf der Tiolette Komm her Mhm Freunde, dann machen wir eine kreative Pause dann hier Gleich Wenn ich jetzt da rauskomme Ja, hallo Ja, kannst du ausschalten Ja, ich muss auch Ich kann nicht ausschalten Ja, hallo Ein tolles Spiel Jetzt ist mein PC hier schon im Schlafmodus Der andere Au Da kommt einer Oh, nee Wo muss ich denn hin? Da links hin Ah, Bombe Nee Ankernatte Da gehe ich aber gleich wieder So, jetzt haben wir aber Keine Schnellreise mehr hier Oh, ja Ah, jetzt kommt einer Ah, jetzt kommt die hier Komm her Komm her Oh, bitte Sorry Ah Ich habe automatisch ein Medipack genommen Das Wettlana Weil ich habe Ich habe da diese Fähigkeit Dass der unter 40% mittlerweile Wenn ich unter 40% bin Nimmt die Svetlana ein Oh, da komme ich jetzt nicht durch Medipack Wo ist denn das? Das ist jetzt da oben Jetzt sag nicht, dass das da oben ist Weil dann fange ich schreien an Muss sowieso Ich hätte Ich Idiot Hätte ein Wasser nehmen können Dann bräuchte ich kein Kein Ding hier Hätte ich kein Ding Und jetzt komme ich da nicht hin Oder wie? Gar nicht mehr Ist denn das da? Da ist mir Oh, da ist wieder so ein Riss in der Landschaft Ja, ich Okay, Freunde Ich parke mich jetzt hier mal hin Und schalte aus Weil ich muss auch dringend Dringend wohin Okay, Freunde Jetzt parke ich da ein Okay, also Tschüss Bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Video